Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du hier draufgeguckt hast. Ich bin in Kempinski, nämlich direkt hier neben der großen Mall. Aber als allererstes gibt es jetzt hier mal eine Rundruhe. Ja, herzlich willkommen im Kempinski Mall of the Emirates. Das Kempinski Hotel direkt neben der Mall mit über 700 Jobs. Und wir gucken uns einfach mal um. Die Lady in Red begleitet uns jetzt auf unser Zimmer. Das war eine zweistöckige Suite mit direktem, also ein Chalet ist das besser gesagt. Wie ihr aus dem Fenster seht, geht es hier wirklich mit dem Blick auf die Skirampe. Das heißt, es ist eine Halle, wo ihr wirklich in der Wüste Ski fahren könnt. Und deswegen hat eben diese Suite auch diesen Chalet-Look eben winterlich. Also es war schon sehr speziell. Also ich muss sagen, es war ein ganz komisches Gefühl zu wissen, man ist jetzt in Dubai, aber trotzdem guckt man aus dem Fenster und hat diesen Alpen-Look. Ich fand das sehr, sehr cool. Die Einrichtung allgemein natürlich wieder top hochwertig. Hermes-Produkte im Badezimmer. Natürlich nur die hochwertigsten Materialien. Hier allein diese Badewanne, diese freistehende, gigantisch. Das Hotel hat ein eigenes Kino. Dort kann man eben dann auch Partys feiern, Geburtstagsfeiern machen. Da kann man eben im Vorraum dann auch Essen bestellen. Also wirklich sehr cool gemacht. Da ist wirklich alles dabei. Der Pool, der befindet sich eben auch draußen. Hier sollte man beachten, dass es ein bisschen laut ist. Also nicht so klassisch Wellness pur. Dafür ist aber das Essen wieder eine Hammer-Auswahl gewesen. Es war alles dabei. Regionale Geschichten, aber auch europäische, internationale. Für jeden Geschmack war was dabei. Also es musste keiner hungrig nach Hause gehen. Das Frühstücksbuffet war gigantisch. Ich hoffe, das Video vom Kempinski Mall of the Emirates hat euch gefallen. Aber ich bin bereits schon im zweiten Kempinski Hotel hier in Nuba. Das solltet ihr euch auch nicht entgehen lassen. Also Blick auf meinen Channel. Aber zuallererst ein Daumen hoch. Wenn euch das Video gefallen hat, noch viel viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Das Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Einfach mal reinklicken. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.